Was für ein außergewöhnlicher Tourist in der Bramau in Wrist. Am Sonntagnachmittag hat eine Passantin beim Spazierengehen diese Kegelrobbe entdeckt. Vermutlich handelt es sich um dasselbe Tier, das schon einige Tage zuvor in der Ohlau in Bad Bramstedt gesichtet worden war. Vermutlich hat es immer noch einen Kunststoffring am Körper, von dem es sich nicht selbst befreien kann. Um die Kegelrobbe einzufangen, muss sie an Land sein. Passanten sollten sich ihr also nicht nähern, sondern die Seehundaufzuchtstation in Friedrichskog benachrichtigen, wenn das Tier an Land gesichtet wird.